So, hallo meine Lieben, nachdem ich hier mein letztes Video veröffentlicht habe mit dem Titel Ein Crash zeichnet sich ab, gab es ein paar Gerüchte, dass ich jetzt abgetaucht bin, mein ganzes Depot verkauft habe und ja, keine Videos mehr drehen werde. Ja, es tut mir leid, es hat ein bisschen länger genaut, bis ich jetzt dazu komme, das nächste Video zu drehen. Aber dafür wird es jetzt umso besser, denn ich möchte euch heute eine neue Aktie und meine neue Aktie vielleicht vorstellen, die demnächst oder sehr, sehr bald sogar in meinem Depot landet. Und auch schon mal gleich hier als Versprechen, ja, in den nächsten Wochen werde ich wieder regelmäßige Videos machen. Also wer mich deabonniert hat oder bisher noch nicht abonniert hat, weil jetzt die letzten zwei Wochen kein Video gekommen ist, einfach mal unten auf Abonnieren drücken und in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen. Wir steigen mal direkt ein mit der neuen Aktie, die es mir vielleicht ein bisschen angetan hat und ich möchte euch auch erklären, wieso es vielleicht jetzt sogar jetzt im Moment im April eine gute Gelegenheit ist, diese Aktie ins Depot aufzunehmen. Zunächst einmal, es handelt sich dabei um Oddity Tech. Das ist ein US-israelisches Unternehmen, hat hier auf dem Nasdaq das Kürzel ODD und wie der Titel hier schon auf ihrer Homepage sagt, Transforming Beauty and Wellness Through Technology. Das ist so ein bisschen auch ihr Motto und auch ihr Geschäftsmodell. Und es klingt vielleicht jetzt am Anfang so, für ein Großteil meiner Zuschauer, ich bin ein mega männlich fokussierter Kanal, also überraschenderweise 99% meiner Zuschauer sind männlich und wer jetzt irgendwie nichts mit Beauty und Wellness anfangen kann, bleibt trotzdem dran, denn es spielt auch hier der Bereich Technologie eine große Rolle und auch die Zahlen, ja, im Endeffekt für uns als Aktionäre kommt das natürlich auch auf die Zahlen drauf an. Die sind wirklich spannend. Blicken wir mal ganz kurz hier auf die unternehmenseigene Präsentation von den letzten Quartalsergebnissen, von den letzten Quartalszahlen. Dann sehen wir hier zunächst einmal als Grunderklärung, was ist Oddity Tech und was macht Oddity Tech vielleicht anders, als jetzt eine L'Oreal. Ja, so dieser typische Name jetzt mal für den Wellness-Bereich und für den Beauty-Bereich, den jeder von uns, denke ich mal, kennt. Hier hat Oddity Tech in diesem Bereich zwei Brands in den letzten Jahren platziert, einmal Il Makiage und einmal Spoiled Child. So, was ihr hier schon mal sehen könnt und das seht ihr auch schon hier von der Grafik her, wie die Gewichtung des Unternehmens liegt auf diesen einzelnen Aspekten. Also ihr könnt hier schon grundsätzlich mal schauen, ja, man legt einen Wert auf das Produkt, aber gleichzeitig ist die dahinterliegende Technologie auch auf all diesen Folien relativ stark repräsentiert. Und das soll euch gleich schon mal so ein bisschen ein Bild zeigen, dass das Unternehmen jetzt nicht einfach nur ein weiteres Beauty-Unternehmen ist, was irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Cremes herstellt oder irgendwelches Make-up herstellt. Nein, hier geht es tatsächlich bei diesem Unternehmen um Tech, um KI stellenweise im Unternehmen. Und ja, wenn man sich mal ein bisschen die, ich sag mal, dieses Unternehmensbranding durchliest, dann ist es oftmals ein bisschen vielleicht übertrieben. Also man haut hier wirklich mit Schlagworten raus, wie KI und Machine Learning und Big Data und sehr, sehr viel einfach wirklich diese Schlagzeilen, wo man eigentlich wahrscheinlich irgendwie jeder Aktionär in aktueller Zeit hören will, ja, damit man irgendwie, damit der Aktienkurs steigt. Hier muss man aber tatsächlich sagen, dass das jetzt nicht nur einfach ein Unternehmen ist, das diese Schlagworte raushaut, aber im Endeffekt noch kein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Nein, bei diesem Unternehmen ist es tatsächlich so, dass es sehr profitabel ist und gleichzeitig ein ordentliches Wachstum aufweist. Also es ist ein Wachstumsunternehmen und gleichzeitig ein profitables Wachstumsunternehmen, sowohl vom Nettoertrag her und auch vom Cashflow her. Und gleichzeitig, dazu kommen wir aber gleich ein paar Minuten noch, ist es relativ attraktiv bewertet. Vielleicht hat es auch ein paar politische Gründe, wie Nahe Osten und so weiter, die aktuell auch den Aktienkurs ein bisschen leiden lassen haben, der dafür aber sorgt, dass die Aktie im Moment auf langfristige und für langfristige Aktionäre durchaus attraktiv sein kann. Blinken wir aber hier mal grundsätzlich auf die Zahlen, ihr könnt hier schon mal sehen, allein das Wachstum, ja, Umsatzwachstum über die letzten Jahre deutlich angestiegen, von 223 Millionen auf im Jahr 2023 509 Millionen US-Dollar. Das Wachstum soll hier auch nicht aufhören, sondern in den nächsten Jahren werden wir auch hier weiter Wachstum sehen. Man muss dazu sagen, dass die Wachstumsdynamik etwas abnehmen soll, zumindest laut den offiziellen Analysten und zumindest, wenn man mal, ich sag mal, den eigenen Unternehmenszielen glaubt, ja, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Das heißt, das eigene Unternehmen sagt, hey, wir werden in den nächsten Jahren kontinuierlich 20% wachsen können. Und hier ganz interessant, nicht, weil wir nicht schneller wachsen können, nein, 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 wir wachsen mit 20% in den nächsten Jahren, weil wir das als gesundes Wachstum ansehen. Der CEO und das vielleicht auch nochmal als nette Ergänzung, der Gründer ist gleichzeitig noch weiterhin CEO und das ist auch ein weiterer Aspekt, der für mich immer oftmals wichtig ist, wenn ich in ein Unternehmen investiere, ist das Management, sind die Gründer noch irgendwie an Bord, ja, fokussieren die sich, haben sie eine Vision für die Zukunft, wollen sie an diesem Unternehmen jetzt nicht nur für die nächsten Quartale arbeiten, sondern hängen die selber monetär dran und ist es irgendwie ihr Baby, was sie auch die nächsten Jahre weiterbringen wollen. Und hier muss ich das Ganze bestätigen, ja. So, wieso sagt jetzt der CEO oder der Gründer auch gleichzeitig, hey, wir werden nur mit 20% wachsen und wir sehen das als gesundes Wachstum an? Er begründet das Ganze damit, dass Unternehmen einfach ab einem gewissen Wachstumstempo in ein ungesundes Wachstum reinkommen und das dann eben dazu führt, dass die Strukturen nicht richtig mitwachsen können, Marketing nicht richtig mitwachsen kann und grundsätzlich die Strukturen nicht mitwachsen können und dadurch, dass Unternehmen eher in so ein Problem reinkommt, aus einem sehr hohen Wachstum eben eine Stagnation oder sogar eine sinkende Umsätze wieder generieren wird können. Er verspricht hier eher garantierte 20% Wachstum, die gleichzeitig sehr, sehr profitabel sein sollen. Wir können hier mal auch weiter blicken, denn dieses sehr profitable Wachstum sehen wir dann auch unten hier dann entsprechend auch in diesen, ja, man sieht dann hier Gross Margin, Adjusted EBITDA. Wenn man das Ganze hier rausrechnet und einfach mal vielleicht auch zu Marketscreener rüber geht, sehen wir hier für das Unternehmen einen, ja, positiven Cashflow und eine Cashflow-Rendite, die sehr interessant ist, also Analysten, Analysten rechnen hier auch nicht mit mehr als diesen 20%, sondern mit 20% Wachstum und aufgrund dieser Zahlen kommen wir hier auf etwa eine Cashflow-Rendite von 6% raus für dieses Jahr und die soll die nächsten Jahre wachsen. Also durchaus sehr interessant für ein Unternehmen, das sagt, hey, wir wachsen garantiert mit 20%. Wir könnten mehr, aber wir beschränken uns da selber ein bisschen, weil wir gesund wachsen möchten und lieber über viele, viele Jahre wachsen mit 20% als einmal mit 50, 80 und dann mit minus 10. Und was man hier ebenfalls sehen kann und deswegen kommen wir zu der Bewertung. Die Bewertung ist hier, egal welche Bewertungskennziffer man anschaut für ein Wachstumsunternehmen, ein sehr profitables Wachstumsunternehmen, ist es meiner Ansicht nach recht günstig. Also wir haben hier ein Gewinn-Kurs-Verhältnis, wer darauf achten möchte, hat immer so eine Nuance, ja, von unter 30. Wir haben hier auch einen Unternehmenswert zu EBITDA von 13,5 oder Free Cashflow von unter 20. Und wie gesagt, eben mit der Kombination einer Free Cashflow-Rendite von 6%, ist das für ein Wachstumsunternehmen meiner Ansicht nach durchaus eine sehr interessante Einstiegssituation. Gleichzeitig gehen wir mal hier rüber und auch schauen auf den Aktienkurs. Was man hier sieht, ist, dass der Aktienkurs, also zunächst einmal hat man keine so lange Historie, weil man ist erst im letzten Jahr an die Börse gegangen und oftmals ist es auch so, wenn ich Unternehmen sehe, die gehen an die Börse, dann kaufe ich nicht direkt den IPO, weil meistens passiert dann genau das, was dann auch hier passiert ist. Die IPOs sind überteuert, der Aktienkurs kann sich nicht halten, Aktien fällt und so weiter. Und ich gebe dem Unternehmen erst ein bisschen Zeit nach dem IPO, um zu sehen, wie entwickelt sich die Geschäftsstruktur, das Geschäftsumfeld, das Business, wie entwickelt sich das Unternehmen grundsätzlich. Und ich muss feststellen, hey, es ist schon sehr interessant, denn über die letzten Jahre nach dem IPO auch, also seit einem Jahr, hat man jetzt jedes Quartal seine eigenen Prognosen geschlagen, hat sie dann wieder erhöht, geschlagen, erhöht, geschlagen, so ähnlich wie bei SoFi. Und hier hat der Aktienkurs aber keine signifikante Bewegung gemacht. Also man sieht hier, dass er nach dem IPO runtergegangen ist auf ein Level von etwa 25 US-Dollar, danach sich wieder sehr gut erholt hat, eben aufgrund dieser sehr guten Zahlen. Jetzt, genau jetzt ist aber ein sehr interessanter Moment, denn zunächst einmal ist die Aktie wieder in so einem Korrekturmodus angelangt, obwohl gleichzeitig das drunterliegende Fundament, also die Umsatzzahlen, Ergebnisszahlen, weiterhin nach oben zeigen, also weiterhin Wachstum zeigen und weiterhin sehr stark sind, korrigiert die Aktie, löst gleichzeitig ein überverkauftes Signal aus hier im RSI, was also als Gegenbewegung oftmals sehr dienlich sein könnte. Und gleichzeitig muss man sagen, eben die Bewertung ist hier auf dieser Ebene schon sehr attraktiv. Deswegen kommt die Aktie hier bei mir durchaus auch auf die Einkaufsliste. Jetzt gab es noch viele Punkte, die ich noch nicht erwähnt habe, beispielsweise, wenn man sich auch den Earnings-Call anhört und der ist wirklich mega interessant. Also da geht der CEO zum einen detaillierter ins Detail, wieso er wirklich nur mit diesen 20% wachsen will, wo er ein gesundes Wachstum sieht und was sie einfach für die Zukunft bauen. Und hier muss man sagen, der CEO ist sehr überzeugt von seinem Unternehmen und ich meine, er hat auch alle Gründe dazu. Also die Wachstumszahlen sind einfach wirklich sehr stark und er sagt ja auch einfach, sie bauen nicht einfach nur das nächste Beauty-Unternehmen, sondern sie verändern komplett, wie diese Beauty-Produkte und dieses Beauty-Geschäft grundsätzlich funktioniert. Sie gehen auf viel mehr Richtung Technologie, anstatt jetzt voll auf Marketing zu setzen, also keine Ahnung, billigste Produkte, aber die werden mit irgendwelchen Influencern einfach nur mit Marketing hochgehypt oder sowas, was ja oftmals auch im Beauty-Bereich so ist. Klar, gewisserweise wird auch Oddity Tech hier mit irgendwelchen Influencern zusammenarbeiten. Sie fokussieren sich aber viel mehr auf diesen Punkt, den ich hier auch eingangs erwähnt habe, nämlich auf diesen Punkt der Technologie. Also der Wert hier, der technologische Aspekt ist ja viel, viel wichtiger und man arbeitet hier am Brand 3, der habe ich bisher noch nicht erwähnt, an einem Bereich, der auch ein sehr, sehr großer Markt ist, nämlich hier der ganze Akne-Bereich. Ein sehr großer Markt, im Moment noch komplett unterversorgt mit tatsächlichen Produkten, die helfen, also ich sage mal wirklich dauerhaft überzeugend helfen und wenn man sich dort auch darauf fokussieren kann, hier wirklich ein Produkt zu liefern mit seiner Technologie, das zum einen wirklich Mehrwert für den Kunden bringt und das Ganze dann eben direkt an den Kunden liefern kann, ähnlich wie zum Beispiel auch Hims und Hörs mit irgendwelchen Abo-Modellen, dann hat man hier ein Unternehmen, das das nächste Elf Beauty oder Hims und Hörs sein könnte, mit eben einer ähnlichen Erfolgsstory, mit ähnlichen Wachstumszahlen und eben gleichzeitig einer Bewertung, wie diese Unternehmen ebenfalls lange Zeit hatten, weil es eben so ein bisschen bezweifelt wurde, ja, dass es eben funktioniert und gefühlt für mich spricht eben einfach viel für dieses Unternehmen. Wie gesagt, hier dieser Akne-Bereich sehr hoch, soll im nächsten Jahr, im Jahr 2025 an den Start gehen mit einer weiteren Marke und das könnte allein schon dafür sorgen, dass vielleicht sogar schon diese sehr attraktiven 20% Wachstum zur aktuellen Bewertung dann nochmal deutlich höher werden mit vielleicht 30% oder 40%, was man dann auch vielleicht zulässt. Das heißt, man stapelt vielleicht jetzt immer noch ein bisschen zu niedrig und sagt dann, ja, das ist unser gesundes Wachstum von 20%, aber wenn es nächstes Jahr das Akne-Produkt, dieses Akne-Brand dann durchstartet, wird man es vielleicht laufen lassen, ja, und dann wird man vielleicht das erste Jahr mit 150 oder vom ersten aufs Zeitjahr mit 150 oder weiß weiß ich wie viel Prozent wachsen und das könnte dann ebenfalls ein Katalyst sein für dieses Unternehmen und eben auch für den Aktienkurs. Hier das mal, mein Bild, die Bewertung, wie gesagt, attraktiv, auch die aktuelle Kursentwicklung kann stellenweise darauf zurückzuführen sein, dass es eben hier um ein, dass die Headquarter in Israel sind. Wir wissen um die Situation im Nahen Osten, auch in den letzten Tagen, dass es ebenfalls vielleicht auch Gegenschläge oder Gegenoperationen von Seiten des Iran gegen Israel geben könnte. Und da reagiert natürlich der Aktienkurs negativ als US-israelisches Unternehmen. Für mich persönlich ist die Aktie aber jetzt, wenn man mal gewisse Risiken auslässt, ja, wie zum Beispiel diese politischen Risiken, ist für mich die Aktie im Moment aber tatsächlich ein Kauf. Aber nicht nur für mich, sondern ich habe jetzt auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Was sagen die Analysten? Und hier sieht auch das Analystenbild sehr, sehr positiv aus. Von sieben Analysten sagen vier kaufen, eine aufstocken. Also im Endeffekt fünf sagen kaufen, zwei sagen halten. Und das Kursziel liegt deutlich höher. Also im Schnitt etwa bei 45 Prozent zum aktuellen Aktienkurs. Und zusätzlich ist eben auch nochmal ein neuer Analyst hier mit eingestiegen. Evercore, die haben auch nochmal eine eigene Analyse durchgeführt. Nämlich haben die hier auch nochmal eigene Umfragen gestaltet und eben durchgeführt. Und die sagen hier eben durch diese Brand Awareness, also praktisch diese Marke, ja, wie wird die Marke wahrgenommen, dann sind die Kunden, haben eine größere Zufriedenheit und haben sehr hohe Subscription. Das heißt, dass man die Kunden relativ stark zum Kauf animieren kann und dann auch gleichzeitig längerfristig an Bord hält, weil eben die Zufriedenheit stimmt. Und eben gleichzeitig, ja, gibt es hier eben auch von Seiten von Evercore die Meinung, dass eben bei der aktuellen Bewertung das Unternehmen eben mit dem gleichzeitigen Wachstum von 20 bis 30 Prozent die nächsten Jahre sehr, sehr attraktiv ist. Also ich schließe mich dem nur an. Für mich vielleicht tatsächlich eine Aktie, die eine ähnliche Erfolgsstory haben könnte wie Elf Beauty, ja, wer die Aktie nicht kennt. Es ist ein mega starkes Unternehmen, auch im Beauty-Bereich und ist mega stark die letzten Jahre einfach durchgestartet. Wir können hier einfach mal, wenn wir mal ziehen, ja, von einfach mal hier oben 700 Prozent seit dem Jahr 2020, also praktisch vor der Corona-Zeit knapp 700 Prozent. Wenn du das Ganze nicht verpassen willst, wenn ich die Aktie kaufe und dann vielleicht nochmal viel tiefere Analysen liefere, dann abonniere jetzt auf jeden Fall meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Es gibt dann wieder den Monat, denke ich, wieder ein SoFi-Update und ein Depot-Update und viele, viele mehr Updates. Also bis zum nächsten Video. Dein JD. Ciao.